Willkommen, liebe Leute, hier zum Unboxen der Nintendo Switch. Endlich ist es soweit, ich habe die Nintendo Switch. Ey Leute, das ist fucking geil. Wisst ihr das? Und wir werden die jetzt in diesem Video unboxen. Ich zeige euch alles, was bei dem Pack dabei ist und was man beachten muss. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an und machen die Konsole auf. Wir sehen schon, auf der Vorder- und Rückseite sieht man schön das Nintendo Switch Logo und hier kann man schon super erkennen, was da drin ist. Und ich nehme jetzt erstmal den ersten Teil hier raus und da sieht man schon links die Sollcone Halterung und Rest das Tablet. Und nun werden wir uns vereinzelt den Sollcones widmen, indem wir die einfach raus tun und ich tue die hier aus der Verpackung. Und übrigens, falls ihr es wundert, das Video wird es in 4K geben, aber es ist jetzt noch nicht in 4K. Das braucht lange, um zu rendern. Und hier haben wir den ersten Tollcone, ihr habt den gesehen, die wirklich mal anfassen zu können. Das ist ein Erlebnis, liebe Leute. Hier haben wir den zweiten Tollcone. Ihr seht den hier, ist ein bisschen unterbelichtet, aber ihr seht den hier. Das ist die Hauptsache. Und hier haben wir schon ein kleines Rest. Das wohl wichtigste Ding im Pack, liebe Leute. Und das hier ist tatsächlich die eigentliche Konsole. Dieses Tablet hier ist die Konsole. Nicht der Fuß, zu dem wir gleich kommen. Nicht die Doggensteads, sondern das hier. Das Tablet ist die ganze Konsole. Halleluja. Packen wir auch diesmal aus. Ich werde später ein Video hochladen, wo wir die Konsole einristen. Da seht ihr dann die Konsole auch. Aber so sieht das Tablet aus. Hinten steht Nintendo Switch drauf. Und das passt in eine Hand. Da könnt ihr euch die große ungefähr denken, die es dann letztlich haben wird. So. Dann haben wir die Anleitung. Die ist ganz wichtig. Die müssen wir uns unbedingt durchlesen. Die tun wir mal auf die Seite erstmal. Ja, dann haben wir die Kabel-Crims-Cams. Ein HDMI-Kabel ist drin. Das ist klar. Das braucht man, um die Konsole am Fernseher anzuschließen. Oder eben in meinem Fall an die Crapper-Karte. Das ist selbe ein Capture-Kart. Das ist das selbe Prinzip. Dann ist ein Netzteil dabei. Nicht wie bei einem 3DS, dass man kein Netzteil hat. Äh, äh. Hier ist eins dabei. So sieht das aus. So. Sehr schön. Was haben wir noch? Dann haben wir hier einmal. Äh. Ah ja. Die Halterung. Da werden die Joy-Cons hier so reingesteckt. Auf beiden Seiten. Eine und das ergibt dann letztens ein Controller. Das ist eine Möglichkeit, wie man die Konsole dann halten kann. Und ja. Hier haben wir das zweitwichtigste Teil. Und zwar. Ihr seht es schon. Ah ne. Wir haben jetzt erst etwas anderes. Und zwar hier. Das sind diese Slaufen. Gibt es auch bei der Wii. Diese Handslaufen. Die macht man an den Controller dran. Was man leider nicht ganz genau. Die macht man hier dran. Und dann kann man die um den Arm nehmen. Dann hat man den Controller quasi an der Hand dran. Das kennt ihr schon von der Wii. Remote-Fermbedienung. Ist gerade für die jüngeren Zuschauer vermutlich wichtig. Und für die ein bisschen älteren vermute ich es mal eher nicht. Das ist ja klar. Das macht Sinn. Definitiv. So. Ja. Das ist wie gesagt die Doggen-Station. Da wird das Switch-Pad hier dann reingesteckt. Und die Doggen-Station verbindet das Pad dann eben mit dem. Also das Gamepad letztlich dann mit dem Fernseher. Wie das funktioniert werden wir jetzt eben auch gleich anschauen. Wenn wir die einristen. Da könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Ja. Und das ist alles. Das ist alles was drin ist. Leider Gottes kein Spiel. Ich habe auch noch kein Spiel bekommen. Ich hatte Glück dass ich die Konsole bekommen habe. Vielleicht ganz kurz da mal eine kleine Anekdote. Ich bin bei meinem örtlichen Testemarkt bei mir im Nachbarort. Der ist total klein. Da sind nicht viele Leute. Und heute Morgen standen da eine Reihe von Leuten. Wirklich standen 10 Leute an. Ich dachte in München. Vielleicht okay. Aber Nachbarort. Das ist ein kleiner Ort. BTF. So viele Leute stehen da an. Alles klar. Dachte ich mir dann nur so ne. Ähm. Ich habe wahnsinnig Glück bekommen. Weil ich die Vorderseite hatte und Anzahlung gemacht hatte. Spiele wurden aber überhaupt gar keine überhaupt geliefert ne. Also habe ich jetzt keine Spiele. Ich werde gleich in die Stadt fahren. Schauen dass ich da Zelda erwisse. Falls ich es gar nicht bekomme. Müsste es mir netterweise ähm downloaden. Aber ich hoffe dass ich das Spiel bekomme. So und dann habe ich noch ähm eine Spicer Karte gekauft. Für Downloadspiele. Ich weiß ja nicht. Für Leicester Sein. Nämlich Minecraft. Zuerst das Downloadspiele oder so. Und dann ist 32 GB von der Konsole Lesserlich sind. Habe ich mit Zusatzes noch eine 32 GB ähm Spicer SD Card gekauft. Ähm. Die man dann in die Konsole einfach reinsteckt. Und somit ähm. Den auch da Sachen drauf spicern kann. Damit mehr. Wir. Mehr. Spicer haben. So. Das packe ich dir gerade noch auch. Dun 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 dun. Und. Ja. Das ist alles liebe Leute was drin ist in der Switz. Hier haben wir. Die eine Spicer Karte. Und. Da die andere. Ja. Und das war mein Switz Unboxing. Liebe Leute. Ich hoffe euch hat das gefallen. Ich hoffe ihr konntet euch jetzt so einen ersten Eindruck von der Nintendo Switz machen. Ähm. Ich persönlich finde es ganz cool. Wie gesagt. Da haben wir jetzt die andere. Gleich kommt auch noch das Video wo es die eine Reste. Hier haben wir die andere Reste. Hier gerade muss Hornwässler rein kommen. Danke fürs Hoheshaun von Unboxing. Wir sehen uns später im Video wieder. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018